Sie haben einen der gefährlichsten Arbeitsplätze der Welt. Die Männer vom Personenschutz Ausland der Bundespolizei PSA. Die Spezialeinheit unter dem Dach der legendären GSG 9 operiert nur in Hochrisikogebieten wie hier in Bagdad. Täglich fahren die Beamten raus in die wohl gefährlichste Hauptstadt der Welt. Am Anfang ist man sehr, sehr angespannt. Dann wird man ein Stück weit lockerer. Weil man sich einfach besser zurechtfindet. Und dann ist auch wieder, dass die Anspannung wieder hochgeht, weil man einfach auch irgendwann auch satt ist. Ihr Job? Sie sollen den deutschen Botschafter Eckhard Brose, seine Mitarbeiter und Gäste schützen. Ohne Bewachung geht dem Krisenland Irak gar nichts. Ohne Schutz würde ich nicht da rausfahren wollen. 8.000 bis 10.000 Menschen kommen hier jedes Jahr allein bei Anschlägen ums Leben. Die Männer des Personenschutzkommandos riskieren täglich ihr Leben. Erstmals gewähren sie hier Einblick in ihre Tätigkeit. Sechs Kollegen sind im Laufe der Jahre im Einsatz getötet worden. Die Grundanspannung, die ist immer allgegenwärtig. Also die ist immer da. Das ist halt in Krisengebieten so. Also so eine grundsätzliche Entspannung, ja die gibt's gar nicht. Der gepanzerte Konvoi macht heute eine Aufklärungsfahrt durch Bagdad. Die Routen müssen ständig auf Sicherheit geprüft werden, bevor sie mit der Schutzperson befahren werden können. Sein Tarnname ist Tobo. Dies ist sein erster Einsatz in einem Krisengebiet. Der 36-jährige Junggeselle hat sich gerade erst für diesen Job ausbilden lassen. Also die Lage hier vor Ort ist natürlich stark angespannt und auch sehr explosiv. Fuß linke Seite, Fuß rechte Seite. Wenn man Wochenberichte und verschiedene Medien studiert, sieht man auch ganz klar, dass hier mehrere Anschläge täglich stattfinden. Autobomben, Suicider, dass Frauen erschossen werden auf offener Straße. Also mehr Explosivität kann ich mir bald nicht vorstellen, als wie hier gerade vor Ort gegeben ist. Täglich erhalten Tobo und das Team Informationen über die jüngsten Anschläge. Die meisten Attentate sind völlig unberechenbar. Jede Situation ist anders. Man kann sich hier auch nichts wirklich einstellen. Jetzt hier, wie man hier jetzt einfährt, hier in diese Situation, jedes Mal anders. Jetzt haben wir hier einen Stau, müssen einen gewissen Abstand wahren. Der nicht so groß sein sollte, dass hier irgendwelche Lücken von anderen gefüllt werden. Und dann müssten wir auch zügig weiter. Seit dem IS-Vormarsch hat sich die Bedrohung im Irak noch einmal verstärkt. Funky kennt die Gefahrenzone. Seit sechs Jahren arbeitet der vierfache Familienvater in Bagdad und an anderen explosiven Orten. Das ist ein Checkpoint. Und das ist natürlich dann so ein Ding, wo es durchaus passieren kann. Ein mulmiges Gefühl würde ich es nicht beschreiben, sondern eher eine gewisse Anspannung. Aber die ist auch gut. Das ist auch erforderlich. Sobald das nicht mehr gegeben ist, ist dann die Routine eingekehrt und die kann tödlich sein. Im ganz normalen Chaos einer orientalischen Millionenstadt lauern viele mögliche Todesfallen. Es ist ein mulmiges Gefühl dabei. Alles andere wäre aus meiner Sicht für mich persönlich gelogen. Da steht jetzt zum Beispiel ein Auto, ein Mann davor. Jetzt weiß man nicht. Das ist einfach unklar. Warum steht der hier? Was macht der jetzt hier? Hat das was mit uns zu tun? Und da versucht man sich halt darauf einzustellen und dementsprechend zu reagieren. Drei Monate dauert ein Einsatz. Hart, auch für die Familien in der Heimat. Meine Frau guckt bewusst schon mal keine Nachrichten. Und ansonsten interessiert mich schon, was zu Hause in meinem privaten Bereich abgeht. Das ist klar. Aber da hält meine Frau auch so die größten Probleme auch von mir fern. Sodass ich mich auch konzentrieren kann auf meine Arbeit hier vor Ort. Die Route für den Botschafter scheint okay für heute. Das ist ja mal ein gemütliches Zuhause, Funky. Ja, ne? Heil erreichen Funky und das Team die sichere Festung. Ich überlege auch zu Hause die Zufahrt zu gestalten. Wenige Wochen zuvor in Deutschland. Am GSG 9 Stützpunkt in Hangelaar machen die Ausbilder Tobo und die anderen PSA-Männer zwei Wochen lang fit für Bagdad. Ausreisevorbereitung nennt sich das. Die Spezialkräfte vom Personenschutzausland, der Bundespolizei, werden ausschließlich in Hochrisikogebieten eingesetzt. Afghanistan, Jemen, Libyen und eben im Irak. Tobo, der Novize, hat gerade frisch die Ausbildung zum PSA-Beamten bestanden. In vielen Jahren bei einer Einsatzhundertschaft in Berlin hat der 36-Jährige schon reichlich Polizeierfahrung gesammelt. Kameradschaft, wird hier groß geschrieben, ist absolut wichtig. Und man muss sich einfach blind auf den Kollegen verlassen können, auf den Kameraden. Und da wachsen mit Sicherheit innerhalb kürzester Zeit auch, wenn man drei Monate auf engstem Raum zusammen ist, auch einfach Freundschaften. Der 41-Jährige Funky ist ein alter Hase im Personenschutz und auf dem Fahrersitz. Der einstige Rennfahrer ist in seinem Element auf diesem unwegsamen Terrain. Später werden auf den Fahrer des deutschen Botschafters ganz andere Herausforderungen warten. Jetzt wird der Irak nachgestellt. Ein realistisches Szenario muss bewältigt werden. Ein Checkpoint à la Bagdad. An solchen Kontrollstellen werden die meisten Menschen bei Anschlägen getötet. Entweder durch Selbstmordattentäter oder auch durch magnetische Haftbomben. Fluchtwege sind kaum vorhanden. Für Neuling Tobo ein erster Vorgeschmack auf Bagdad. Umso näher der Termin natürlich rückt, macht man sich natürlich auch umso mehr Gedanken. Und die verschiedenen Szenarien, die man hier übt, sind ja nicht aus dem Himmel gegriffen, sondern die passieren ja tatsächlich da. An die Gefahren wollen sie nicht ständig denken. Doch gerade Familienvater Funky muss vorbereitet sein. Es wird empfohlen, eine Patientenverfügung auszufüllen. Gut, das Testament ist das Übliche. Ja, all die Dinge. Und natürlich rede ich auch mit meiner Frau darüber, ganz klar. Ist ein ungelebtes Thema, muss aber angesprochen werden. Und damit alle genau wissen, ja, was passieren kann. Das Training mit Schusswaffen gehört für die Männer des Personenschutzkommandos zum täglichen Brot. Das Verhältnis zu ihrem Arbeitsgerät beschreiben manche als intim. Mit meiner Waffe habe ich keinen Namen gegeben, wie in manchem Film. Aber das ist schon meine Lebensversicherung. Im Einsatz ist die Verteidigung der Schutzperson die zentrale Aufgabe, noch vor dem Eigenschutz. Selbst bei ihnen trifft nicht jede Kugel exakt ins Ziel. Könntet ihr den mal nicht zeigen, den Treffer hier? Tobos Präzision ist noch verbesserungswürdig und Selbstkritik muss sein in einer Spezialeinheit. Und, hast du zufrieden mit deiner Schüssel? Nee, gar nicht. Null. Also Trefferbild war jetzt wirklich überragend schlecht. Heißt einfach, der Streukreis war zu groß auf dieser Entfernung. Und, ja, üben, 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 trainieren. Muss ich dran arbeiten. Feuerzauber, 12 Uhr. Wie beim Mannschaftssport müssen die komplexen Abläufe automatisch sitzen. Mit und ohne Schutzpersonen. Das Teamgefüge basiert auf Harmonie und viel Vertrauen. Denn auch in den Übungen wird hier scharf geschossen. Bedrohlich nah fliegen die Kugeln. Train as you fight, heißt das Motto von Funky und seinen Kameraden. Man muss fleißig trainieren damit, ne? Damit das auch in Fleisch und Blut übergeht. Wie wichtig sind diese Automatismen jetzt nicht nur beim Schießen, sondern generell? Sehr wichtig. Die sind überlebenswichtig. Dass die auf jeden Fall abgerufen werden, ohne drüber nachzudenken. Man braucht den Kopf für was anderes dann noch. Einen freien Kopf haben die Beamten des PSA-Teams während des zweiwöchigen Lehrgangs nur selten. Bagdad ist ständig präsent. Wie jeden Abend spricht Funky mit seiner Familie, die praktisch um die Ecke wohnt. Aber nur per Telefon. Seine Ehefrau und die vier kleinen Kinder sind es gewohnt, dass er nicht nach Hause kommt. Noch nicht einmal während des Vorbereitungstrainings für den Irak. Hi, na? Alles klar? Wie war denn heute dein Tag? Ich bleibe nach dem Training hier im Standort, weil das für mich einfach zum Einsatz gehört, die Vorbereitung. Das stärkt auch das Zusammengehörigkeitsgefühl, auch wenn ich hier so nah wohne. Und deswegen bleibe ich hier zu Hause. Also ich sage schon zu Hause, aber es ist halt der Standort. Ich sage jedem neuen Team, wenn wir zusammengestellt werden, dass ich mein Leben von meiner Familie, meinen Kindern in die Hand des Teams lege. Und so geht es jedem anderen auch. Und genau so agieren wir. Wir finden uns zusammen und man wird es dann sehen in den Vorbereitungen. Es wird immer flüssiger, immer besser. Und so ist es dann im Einsatz, dass wir dann wirklich wie ein Mann sind. Alles klar. Bis morgen. Ja, dann. Ciao. Das ist kein normaler Job. Der Personenschutz an sich ist schon was Spezielles. Und dann noch in Krisengebieten, das ist nochmal eine verdichtete Sache. Aber wie gesagt, ich finde es einfach nur interessant. Eine tolle Aufgabe, einen Menschen zu beschützen, der seine Arbeit dann machen kann. Auch in extremen Situationen. Ja, dafür bin ich ausgebildet und das würde ich noch gerne lange machen. Für den Kampf Mann gegen Mann scheint der 41-jährige Funky bestens geröstet. Vom sechs Jahre jüngeren Tobo will sich der Oldie auf jeden Fall nicht zermürken lassen. Ja, ja, ja. Hört sich nicht vor. Ja, vor. Buggies verältet sich, aber nicht unbedingt schlechter, oder? Deswegen schlechter gestaltet. Auf jeden Fall macht das Spaß. Das ist super. Anderem müssen ins Fitnessstudio gehen. Im Ernstfall müssen die Personenschützer gegen Angriffe aller Art gewappnet sein. Ob mit Stock, Messer oder Pistole. Die hohe Intensität des Einsatztrainings bringt manchen Kämpfer an seine Grenzen. Im Einsatz gibt es auch keine Gnade, diesen Punkt zu überschreiten, den Punkt of no return, den innere Schweinehund zu besiegen. Ja, das ist schon wichtig. Immer wenn man glaubt, es geht nicht weiter, geht es immer noch weiter. Immer. Nach dem intensiven Nahkampftraining ziehen sich Funky und Tobo in ihre Unterkunft zurück. Die Vorbereitungswochen für Bagdad meistern die beiden Tür an Tür. Im Gegensatz zu Funky kann Tobo nicht einfach mal heimfahren. Das spartanische Zimmer ist sein einziger Rückzugsort. Und zu Hause in Berlin wartet niemand auf den alleinstehenden Mit-30er. Mir ist auch klar, dass ich jetzt einen beruflichen Weg eingeschlagen habe, wo es relativ schwierig ist, jemanden kennenzulernen und auch eine Beziehung überhaupt aufzubauen. Das ist nun mal so, aber für mich war die Entscheidung jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann. Ich wollte nicht mit 50 auf der Couch sitzen und mir sagen und selber vorwerfen, hätte es mal versucht. Weil es war ja schon immer ein Traum von mir, zu einer Spezialeinheit dazuzuhören. Und ja, von daher war das jetzt die richtige Entscheidung für mich. Und ob das letztendlich die richtige Entscheidung ist, werde ich sehen, wenn ich im Einsatz bin, beziehungsweise aus dem Einsatz zurück bin. Ich gehe nicht davon aus, dass ich sterbe. Aber wenn ich mir vorstelle, dass meine Mutter das erleben müsste, dann macht mich das mehr als nur traurig. Ich habe mich am Anfang relativ bedeckt gehalten, was ich jetzt für eine Ausbildung mache, was ich beruflich mache. Ich habe das dann aber doch meinen Eltern erzählt und auch detailliert erzählt und welche Aufgaben im Anschluss da auf mich zukommen. Resümee daraus war, dass meine Frau Mama da wirklich Tränen in den Augen hatte und es ihr dabei nicht gut ging. Und das ging mir auch sehr nahe. Und ich möchte ihr grundsätzlich kein Leid zuführen, überhaupt nicht, aber dennoch ist mein Leben. Und das Resümee von ihr war dann, ich wünsche dir das Allerbeste, das weißt du immer, aber wenn du nicht bestehst, bin ich dir nicht böse. Die Testaufgaben für die Personenschützer werden nun komplexer. Das Szenario, ein Selbstmordattentäter, ist in die deutsche Botschaft Bagdad eingedrungen. Es fühlt sich einfach schlecht an, irgendwo reinzugehen, wo man nicht genau weiß, was ist jetzt hier passiert. Wir wissen, es war eine Explosion, aber mehr wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob noch weitere Folgen werden. Wir wissen nicht, ob irgendwelche Tengus, Täter nachrücken. Wir wissen nicht, wie viele Verletzte vor Ort sind. Eine Lage, die uns völlig unbekannt ist. Terrain, was uns in der Regel unbekannt ist. Ja, und das fühlt sich einfach nicht gut an. Hier zum Glück nur gestellt. Tod, Schmerz, Verwundung. Aber am Einsatzort kann es die Schutzperson oder einen Kameraden jederzeit erwischen. Im Anschlagsfall, wenn wir da reingehen müssen, dann ist im Kopf, im ganzen Team kein Platz für Frau, Kinder. Das blenden wir alles aus. Hier wird mit realen Personen und künstlichen Verletzungen geübt. Immer unter dem kritischen Blick der Ausbilder. Evakuierungs- und Erste-Hilfe-Maßnahmen sollen im Ernstfall Leben retten. Ganz am Anfang waren wir noch so ein bisschen uneins. Und jetzt am Ende der ersten Woche schon, merkt man schon das Zusammenspiel. Und das Feedback der Fortbilder, ja, es stützt das Ganze ja noch. Die Einsätze werden immer nachbereitet. Die Schwächen jeder Aktion analysiert. Präzise und schonungslos. Die Briefings sind das A und O. Um einfach fürs nächste Mal zu wissen, okay, hier habe ich Nachholbedarf, darauf muss ich achten. Hier waren die Eckpunkte, weil das ist unsere Versicherung. Jeder Einzelne muss 100 Prozent funktionieren. Nur wenn das gegeben ist, kann das ganze Team 100 Prozent funktionieren. Und kann die Lage abgearbeitet werden. Ganz am Ende der Ausreisevorbereitung wartet ein Überraschungsgast auf die Beamten. Ich sag Ihnen einfach mal so, hallo. Eckhard Brose, der neue deutsche Botschafter im Irak. Der Diplomat wird seinen Posten in Bagdad fast zeitgleich mit dem Personenschutzkommando antreten. Ungewöhnlich, dass das Team seine Schutzperson schon in der Heimat kennenlernt und in das Übungsszenario integrieren kann. Eine besondere Konstellation. Für beide Seiten. Klar, das ist von Vorteil, wenn er hier unsere Arbeit sieht. Und das hat auch den einen oder anderen Vorteil, wenn wir unten sind und er die Taktik so ein bisschen nachvollziehen kann. Auf dem Weg. Feuerkauer. Ausgefallen. Fahrzeug ausgefallen. Fahrzeug ausgefallen. Fahrzeug einsetzt zurück. Los. Das sogenannte Umboten funktioniert. Und dann fahrt weiter geradeaus. Weiter geradeaus. Wir sind dran. Und Gas, Gas. Botschafter und Schutzteam überstehen den Testanschlag. Jetzt in dem Dreierkonvoi sah von außen sehr gut, sehr schnell aus. Kann man auch nicht viel besser machen. Eine vertrauensbildende Maßnahme von hohem Wert für die Zusammenarbeit im Einsatzgebiet Bagdad. Ganz kurz Frage vielleicht an Sie. Als designierte Botschafter das erste Mal in der Situation vielleicht Ihre Eindrücke. Beeindruckend. Wenn man das zum ersten Mal mitmacht. Ein bisschen der Vorgeschmack. Ich hoffe, dass wir das in der Praxis dann nicht so häufig machen müssen. Danke. 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 Die komplexe Abschlussübung ist der Höhepunkt der zwei intensiven Trainingswochen. Bei einem Anschlag auf den Konvoi muss der Botschafter in Sicherheit gebracht werden. Im offenen Gelände. Die Ausbilder wollen sicher gehen, dass sie ihre Männer gut vorbereitet ins Hochrisikogebiet schicken. Heute soll noch einmal alles zusammen abgerufen werden, was in vielen Einzeltests sorgfältig geübt worden ist. Das Leben der Schutzperson ist für das Team das Wichtigste. Zur Evakuierung ist ein Hubschrauber der GSG 9 angefordert worden. Der soll das Personenschutzkommando mit der ihr anvertrauten Person aus dem Gefahrengebiet bringen. Solch eine Luftrettung wäre im Einsatzland nur mit Hilfe verbündeter Partner wie den USA möglich. Aber nur im extremen Notfall würde man die Amerikaner um Hilfe bitten. Nach erfülltem Auftrag scheinen Turbo, Funky und das Team gerüstet für den dreimonatigen Irak-Einsatz. Wir haben uns gut abgesetzt. Hubschrauber, Zusammenspiel hat auch gut funktioniert. Von der Warte her war das ein würdiger Abschluss, denke ich. Auch nochmal ein gutes Erfolgserlebnis, mit dem man jetzt auch mit einem guten Gefühl im Bauch und mental halt auch in Einsatz gehen kann. Kann ich nur so unterstreichen, dass ich das genauso sehe wie der Turbo. Das ist eine runde Sache gewesen und mit einem guten Gefühl gehe ich mit dem Team raus. Den gelungenen Abschluss der Ausreisevorbereitung feiert das PSA-Team in gemütlicher Runde beim lokalen Chinesen. Die letzten Wochen haben die Truppe zu einem verschworenen Haufen werden lassen. Von 25 bis 52 sind alle Altersstufen dabei. Erfahrene und Neulinge, Singles und Familienväter. Die Stimmung ist gelöst. Auch wenn die jüngsten Nachrichten vom Vormarsch der IS-Terroristen insgeheim schon für Unruhe sorgen. Also es ist jetzt keine Vorfreude in dem Sinne, juhu, jetzt geht es endlich los, sondern es ist schon eine respektable Freude. Also klar, ich freue mich, ich habe alles Erlernte jetzt inne und kann jetzt das Erlernte anbringen und muss es anbringen. Aber es ist auch ein gewisser, ja, großer Respekt. Also ich muss sagen, ich bin froh, wenn es anfängt, weil dann läuft für mich die Uhr rückwärts für meine Frau und für meine Kinder. Und das Gelernte, das jetzt Neuerbrachte, Abgearbeitete auch umzusetzen. Ich habe den Vorteil gegenüber Togo, dass ich weiß, was mich erwartet. Ungefähr zumindest. Jetzt die aktuelle Lage, gut, schauen wir mal unten, wie es wird. Also von daher, unterm Strich, ich freue mich drauf. Wenige Wochen später macht sich das Team auf nach Bagdad. Dort erwarten sie extreme Hitze, dreimonatige Isolation und kriegsähnliche Zustände. Heute hat der Botschafter einen wichtigen Termin im irakischen Parlament. Jede Fahrt muss akribisch vorbereitet sein. Nichts wird dem Zufall überlassen. Aktuelle Informationen zur Sicherheit der Route sind lebenserhaltend. Fürs Team und für die Schutzperson. Das Anlegen der Schutzweste für den Botschafter ist inzwischen Routine. Anders als noch bei der ersten Begegnung am GSG 9-Stützpunkt Hangeladen. Und so fahren sie durch Bagdad von Termin zu Termin. Im hochgepanzerten Konvoi. Mit dem Botschafter. Zu dessen Schutz immer mit dem Wissen um die Gefahr. Zwischen dem Botschafter und dem Personenschutzkommando wächst ein enges Verhältnis. Wir sind alle in dieser etwas besonderen Situation hier zusammengeschweißt. Jeder ist da notwendig. Keiner darf hier irgendwie versagen, weil das hat Auswirkungen auf alle anderen. Und dessen ist sich jeder bewusst. Deswegen ist das Engagement eines jeden Mitarbeiters hier doppelt und dreifach so hoch wie normal. Der Unterschied zum Training und der Realität ist, dass im Training kann man Fehler machen. Und in der Realität hat man dann halt, wenn man Fehler macht, hat man keine zweite Möglichkeit. Turbo wird im Gegensatz zu Funky zum ersten Mal mit der Realität eines Krisengebiets konfrontiert. Also das Gefühl bei dieser Explosivität hier, die in der Luft liegt, ist mit einem Wort umschrieben angespannt. Und man versucht damit umzugehen. Aber man ist und bleibt auch sehr lustig. Allas, 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 Fettchen. Plötzlich ein Problem. Die Straße, die eben noch als befahrbar und sicher galt, ist nun gesperrt. Zu gefährlich. Flexibilität ist gefragt. Ja, wir kommen nicht vorwärts und nicht rückwärts, weil die Straßen hier in der Gegend wegen einer Demonstration gesperrt sind. Dann haben wir beschlossen, anstatt weiter auf einer Straße mitten im Verkehrsgewühl zu stehen, was immer unsicher ist, insbesondere dann, wenn man sich nicht wegbewegen kann, dass wir aufs Gelände des Außenministeriums fahren. Und da sind wir jetzt. Hier sind wir sicher und können abwarten, bis wir eine Möglichkeit sehen, von hier wieder zurück zur Botschaft zu kommen. Denn das ist unser Ziel. Ein Termin platzen. Keine Seltenheit in dieser Stadt. Die Bedingungen hier vor Ort sind natürlich extrem. Wir hatten in der Spitze 54,5 Grad. Und wenn dann noch, wie schon, ja, wie oft schon die Klimaanlage bei den Fahrzeugen versagt, dann haben wir ja leicht 70, 75, 80 Grad drin. Wie fühlt man sich dann? Ja, wie fühlt man sich? Wie ein frisch gebackenes Brot. Unverrichteter Dinge geht es zurück in die Botschaft. Dem sicheren Hafen für das Personenschutzkommando. Das ist ja hier unser Safe Heaven. Ja, ein Stück Sicherheit hier, ne? Also zumindest, ja, für diesen Ort. Eine trügerische Sicherheit. Denn im Jahr 2010 hat es hier einen Anschlag gegeben. Mit zwei Toten. Absatz der Fahrten spielt sich das Leben des PSA-Teams nur im Innern der deutschen Botschaft ab. Der Fitnessraum bietet praktisch die einzigen Freizeitmöglichkeiten im Männerwohnheim von Funky und Turbo. Für drei lange Monate. Komm, guck wenigstens mal zu uns, wenn du dich präfst. Im Leben auf engstem Raum entwickelt sich eine ganz eigene Vertrautheit. Draußen in der Situation, in der Fahrt von A nach B, da müssen wir funktionieren. Da muss das Team Team schon sein. Aber um da anzukommen, hilft natürlich immens dieses Kennenlernen, diese zwei Wochen Ausreisevorbereitung. Aber noch viel mehr dieses Miteinander, was hier stattfindet, nach dem Dienst, nach dem Termin, hier schweißt es zusammen. In den Ruhephasen kreisen die Gedanken schon mal um die im Einsatz getöteten Kollegen und natürlich um die Liebsten daheim. Meine Frau Mama war natürlich begeistert, dass ich offenbart habe, dass ich die Ausbildung bestanden habe. Sie freut sich, dass ich dann bald wieder zurück bin und dass ich es dann heil überstanden habe. Was ich hier noch nicht offenbart habe, das werde ich auch noch ein bisschen hinauszögern, ist, dass ich dieses Jahr die zweite Verwendung auch wieder hier in Bagdad wahrnehmen werde. Also dass ich nur dreimal zu Hause bin, beziehungsweise in Deutschland und dann sofort wieder herkomme. Abends sind die Männer Selbstversorger. Für sie wird eingekauft. Funky kreiert heute ein Gourmet-Dinner für Strohwitwer, nachdem er mit seiner Familie telefoniert hat. Doch er bleibt auch jetzt unter Strom. Echtes Abschalten ist in einem Krisengebiet unmöglich. Nee, also ich vergesse nicht, wo ich bin. Auch wenn ich hier koche oder Interviews gebe oder auch Kicker oder auf dem Laufband stehe, ich vergesse niemals, wo ich bin. Und die Ohren sind immer gespitzt auf unnatürliche Geräusche. Ja, Funk gerätet ja immer am Mann. Also von daher, das lässt es nicht zu. Auch Funky wird die Zeit der Trennung lang. Er, seine Frau und die vier kleinen Kinder leben monatelang im Ausnahmezustand. Ja, Männer essen, ne? Jetzt fehlt eigentlich noch ein Ei da drüber, aber das habe ich nicht. Klar freut man sich auch zu Hause. Wiedersehen ist... Ich weiß, wer Kinder hat, der kann nachvollziehen, wie es ist, wenn kleine Kinderhände umarmt werden, den Körper... Also das kann man nicht mit Worten beschreiben. Das ist einfach sehr emotional. Und da freue ich mich natürlich drauf. Ob Familienvater oder Single, die Männer vom Personenschutz-Ausland der Bundespolizei führen wirklich kein normales Leben. Täglich müssen sie raus in eine feindliche Welt, in der alles anders ist als im Leben daheim. Tobu ist inzwischen wieder heil in Deutschland und hat seiner Mutter gebeichtet, dass er bald wieder nach Bagdad gehen will. Und Funky genießt die Freizeit mit Frau und Kindern bis zum nächsten Job in einem Krisengebiet.